Nach was ist Côte d'Auron benannt? Das war mal ein Fluss. So ein Flüsschen, der durchkließt. Korrekt. Wann wurde die Pohya-Brücke eröffnet? Die ist ziemlich neu. Ich fahre jeden Tag drüber. Ich würde sagen, die ist etwa 2-Jährige. Drei. Für was entscheidest du dich? Drei. Falsch, das ist 2014. Ah ja, aber fast. Wie heisst der Fluss, der durch die Stadt Fribourg fliesst? Sain... Sain... Sainé. Wie seien wir das? Sainé. Sainé, ja. Auf Französisch. Ja, auf Deutsch? Sainé. 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 Welche zwei Spieler bilden das Dream Team in der Geschichte des HC Fribourg? Bückhoff Komoto, würde ich sagen. Richtig. Sainé. 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 Vielen Dank.